Die Metropolitana di Genova ist die U-Bahn der italienischen Stadt Genua. Sie wurde 1990 eröffnet und ist damit nach Rom und Mailand die dritte von insgesamt sieben U-Bahnen des Landes. Linie Strecke Die einzige Linie ist 7,1 Kilometer lang und besitzt acht Stationen, die alle vom Architekten Renzo Piano und seinen Mitarbeitern entworfen wurden. Die Bahnsteige sind ca. 80 Meter lang und es gibt sowohl Mittel- als auch Seitenbahnsteige. Brin hat eine aufgeständerte Halle am Ende eines alten Straßenbahntunnels, von dort geht es als Hochbahn weiter. Die Ferrari liegt am Ende eines alten Eisenbahntunnels, der lange Zeit stillgelegt war. Wie typisch für die italienische U-Bahnen und im Gegensatz zur italienischen Eisenbahnen, wird nicht links sondern rechts gefahren. Die Fahrzeuge sind stattbahntypisch, relativ kurz und recht schmal. Stationen Brin, die Negro, Principe, da Senna, San Giorgio, Sazano, S. Agostino, de Ferrari, Brignol. Eine Fußgängerverbindung zwischen dem Metro und dem Bahnhof Genova Piazza, Principe ist heute in Bau. Geschichte Die Bauarbeiten der ersten Abschnitt zwischen Brin und die Negro fingen 1982 mit der Sanierung eines 1908 erbauten Straßenbahntunnels an. Der Abschnitt konnte am 13. Juni 1990 eröffnet werden. Zwei Jahre später, am 13. Juli 1992, wurde der Abschnitt die Negro-Principe für den Verkehr freigegeben. Damals war die U-Bahn-Strecke 3,5 Kilometer lang. Am 25. Juli 2003 wurde ein weiteres Stück U-Bahn-Strecke zwischen den Stationen Principe und San Giorgio eröffnet. Die Station San Giorgio schließt den touristisch wertvollen Porto Antico an das U-Bahn-Netz an. Der Fahrgastbetrieb begann jedoch erst am 7. August. Am 4. Februar 2005 ging die Strecke zwischen den Stationen San Giorgio und de Ferrari im Dienst. Erst am 3. April 2006 wurde die Zwischenstation Sazano S. Agostino am Rande der historischen Altstadt eröffnet. 2012 wurde der letztendliche Abschnitt bis zum Bahnhof Brinjol fertiggestellt. Ausbau und Planungen Von Anfang an war geplant, dass die U-Bahn im Norden bis zum Bahnhof Rivarolo verlängert werden soll. Im Osten soll die Strecke bis Stalino führen. Punkt, 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 Punkt. Andere Verkehrsmittel in Genua Neben der U-Bahn gibt es einen S-Bahn-ähnlichen Regionalverkehr. Dieser besteht zurzeit aus zwei Linien mit 35 Kilometer Strecke. Es gibt jedoch noch zwei Standseilbahnen und eine Zahnradbahn in Genua, die Sankt. Anna Standseilbahn ist 357 Meter lang, hat zwei Haltestellen und wurde 1891 eröffnet. Die Zeca Registandseilbahn ist 1,4 Kilometer lang und hat sieben Haltestellen. Die beiden ursprünglich getrennten Abschnitte wurden 1895 bzw. 1897 in Betrieb genommen. Die Zahnradbahn Principe Granarolo ist 1,1 Kilometer lang und hat sechs Haltestellen. Sie wurde 1901 eröffnet. In Genua werden mehrere Aufzüge als öffentliche Verkehrsmittel betrieben, um die oft enorm steilen Hänge zu überwinden oder um auf Brücken zu gelangen.